You're one of a kind No words to describe The way that you shine An angel in disguise I wanna make you mine Willkommen zurück zu einem neuen Vlog von mir Der erste Vlog in 2023 Wir haben jetzt 6 Uhr morgens, ich bin ready Ich muss jetzt nur noch schnell was frühstücken Und dann geht's für mich ins Gym Weil dieses Jahr wird alles anders Dieses Jahr wird for real alles anders Das ist nicht so ein Spruch Ich bin motiviert Ich hoffe heute kommt noch die andere Saftkur an Weil ich wollte mit Kerstin ab morgen die Saftkur starten Weil der eine Teil der Saftkur ist schon angekommen Hier Ich hab kein Brot mehr, sonst würde ich Brot frühstücken Aber deswegen gibt's Porridge Leute, wenn ihr euch mit dieser Apple Watch auskennt Please Hilfe Wie, ähm, stelle ich das ein, wenn ich gleich so Training anfange Da muss man ja irgendwas eigentlich einstellen Ich weiß nicht, wie das geht Heute Beine und Po trainiert Auf immer werde ich mir jetzt den fettesten Salat aller Zeiten machen Weil ab morgen mach ich ja eine Saftkur Das heißt, ich muss noch ein bisschen was essen Und ich werde alles, was ich an Gemüse habe Jetzt in diesen Salat ballern Drei Paprikas, zwei kleine Gurken Radieschen, Hummus Und ganz viele Tomaten Damit ich es einfach aufbrauche Weißt du, was wir in den nächsten fünf Tagen auf jeden Fall vergammeln? Und irgendwie, jetzt kommt der erste Anflug von Müdigkeit auf jeden Fall Wir haben jetzt 17.30 Uhr Und in einer Stunde fahre ich los zum Tanzen Und ich hab Hunger Aber ich bin halt voll müde gerade Deswegen hoffe ich, dieser Salat wird mir so einen Kick geben Und ich hab hier noch Ingwer-Tee mit grünem Tee gemischt Das wird so ekelhaft Ich trinke das jetzt auf Ex Das ich mich davon noch nicht übergeben muss Das ist echt ein Wunder, ja Da ist so viel Ingwer drin Leute, ich mach nicht meinen Ingwer-Tee so auf billige Basis Sondern da ist enorm viel Ingwer drin Okay, Prost Das gibt mir Immunboost des Grauens Ich frag mich überhaupt, wie ich noch krank werden konnte letztens Das ist gar nicht möglich Bei dieser Gülle, die ich hier jedes Mal trinke Dann ist mir Glück, dass ich nicht sterbe Und meinen Drachen nicht verbrenne Ich bin eine Maschine Ich hab mich heute Morgen auch auf die Waage gestellt Einfach für mich, um zu wissen, wie viel ich wiege Ich wiege 57,8 Das ist eigentlich so Ich würde sagen, das ist eigentlich so ein Traumgewicht Wenn ich jetzt noch meine Arme in den Griff bekomme Und immer so ein bisschen flacheren Bauch habe Also nicht so blähende und stoffende Sachen esse Mein Arsch noch ein bisschen größer wird Dann bin ich echt Top zufrieden Aber ich will demnächst auch mal richtig draußen joggen Ich hab ja letztens, war ich ja 45 Minuten noch im Laufband Dann bin ich ein bisschen gestorben Aber es hat geklappt Und ich will auf jeden Fall, ich will fit werden Ich will richtig fit sein Das nenne ich mal einen Salat Guckt mal Das ist ein riesiger Salat Das ist auf jeden Fall mein Abendessen Einfach nur Salat mit Creme Vega Creme Vega Und ja, lecker Jetzt gucke ich noch Outlander Und dann muss ich auch schon los zum Tanzen Oh mein Gott, Leute, seht ihr das? Ich hab gerade den ganzen Salat gegessen Schwanger fünfter Monat Und irgendwie, meine Schulter tut irgendwie weh Boah Guckt mal, was ist das für eine Kugel? Schwanger fünfter Monat einfach Ich bin gerade so voll Bäh Und das einfach nur von Salat Aber es wird schon in einer Stunde alles weg sein Äh Ich hab jetzt noch eine halbe Stunde Und dann muss ich los Man sieht direkt, Alter, mein Bauch wird so braun Im Gegensatz zum Rest meines Körpers Das ist so bescheuert Ne, Leute, ich kann meinen Dörr nicht einziehen Ich werde jetzt meine letzte Mahlzeit zu mir nehmen Und zwar dieser Proteinriegel Und ab morgen ist da 5 Tage Saftkur Angesagt Ich nehm euch dabei mit Ist ja wie gesagt schon meine vierte Saftkur Habe ich mein Handy hingelegt Die Saftkur kann ich euch ja auch in der Infobox verlinken Das ist ruhig zum ersten Mal aus Die ist von Live Fresh Und Mochi hat Hunger auf jeden Fall Ich hab's verstanden, Maus Ich geb dir was Ja Ich war heute auf der Sonnenbank das erste Mal an langer Zeit Und ich hab Sonnenbrand Hallo Leute, ich habe jetzt den ersten Saft getrunken Und zwar Mach ich dieses Mal eine Saftkur von Live Fresh Von der Marke Habe ich bisher noch keine Saftkur gemacht Ich hab ja schon Ich weiß nicht, ob ich drei oder vier gemacht habe, Alter Keine Ahnung Also entweder meine vierte oder meine fünfte Saftkur in meinem Leben Und die Marke hab ich noch nicht ausprobiert Ich hab jetzt den ersten Saft getrunken Und der schmeckt schon mal sehr gut Der schmeckt einfach wie ein frisch gepresster O-Saft Der hat halt auch Fruchtfleisch drin Das hatte ich bisher noch bei keiner Marke Und ich hab zwei andere bis jetzt ausprobiert Finde ich geil Also schmeckt wirklich wie ein frisch gepresster O-Saft Einfach mit voll viel Ingwer drin Also Geschmack würde ich so 9 von 10 raten Und dann hab ich gerade noch einen Ingwer-Shot getrunken Das finde ich auch cool, dass da diese Ingwer-Shots dabei Also diese Shots generell dabei sind Weil die halt auch so Tagesbedarf decken Dass ihr halt auch genügend Nährstoffe zu euch nehmt Der Ingwer-Shot war geil Also der hat geballert Aber schmeckt trotzdem gut Deswegen 10 von 10 Also ich bin ja sowieso bei Ingwer verstehe ich keinen Spaß Also meine Ingwer-Tastes sind Ingwer-Tastes des Grauens Kommen aus der Hölle, glaube ich Ich muss alle anderen Säfte jetzt mitnehmen Die 6 anderen Säfte und die 2 anderen Shots Weil ich gleich arbeiten bin von 13 bis 19 Uhr Und ich hatte jetzt den ersten Saft um 11 Das heißt der nächste um 13, dann 15, 17, 19 Und weil ich nach der Arbeit noch unterwegs bin 21 Okay, einen könnte ich eigentlich zu Hause lassen Den würde ich dann wahrscheinlich kurz zum Schlafen gehen trinken Ja und heute gehe ich auch nicht ins Gym Gestern war ich ja im Gym Heute nicht, weil ich habe jetzt ein Video geschnitten Ich musste warten, weil mein Stick ist ja kaputt gegangen Und ich habe so eine Datenrettung engagiert Und musste jetzt den Stick einschicken Und der wurde heute abgeholt per Express von DHL Ich hoffe so sehr, dass sie diesen Stick einfach nur retten können Die meinten einfach, es kostet zwischen 180 und 800 Euro Ich würde das ja sowieso absetzen Aber trotzdem ist es halt eine Menge Geld Ich hoffe einfach, dass sie die Daten retten können Weil da sind halt meine Steuern drauf Der letzten 3 Jahre Da sind voll viele Sachen für YouTube drauf Musik und keine Ahnung was alles Was ich in den letzten ganzen Jahren gesammelt habe Und es wäre halt richtig scheiße, wenn das alles weg ist Also ich hoffe, die können das retten Das wären mir dann auch die 800 Euro wert Aber danach werden erstmal 30 Kopien erstellt Von diesem Stick Weil ich einfach zu dumm zum Scheißen bin Für die Sasko habe ich einen Code Der heißt YT15 Damit spart ihr 15% auf eure Saskkur Und ihr wisst ja, ich habe schon, wie gesagt, einige gemacht Und ich kriege auch ständig noch Fragen auf Instagram und sowas Deswegen, wenn ihr interessiert seid an der Kuh An der Kuh? Ja, an der Saskkur Dann schaut in die Infobox Vika zum Beispiel macht die auch gerade Wir sind auch gleich zusammen arbeiten Achso, und Kerstin macht die auch ab morgen Die kommt nämlich heute nach Hause Die war ja jetzt 5 Tage weg Auf jeden Fall, ich freue mich Der erste Saft war lecker Mochi, freust du dich auch? Gib Fote Oh, mein Engel Super Super Sind wir wieder den ganzen Tag alleine? Ihr seid, ihr kleinen Mäuse Ja, okay, Leute Ich bin weg Tschüss Ich werde mich ganz kurz Weil ich habe gerade meinen letzten Saft getrunken Der war lecker Der heißt Keep Calm Ich denke mal Ich habe gar nicht geguckt, wann man welche nehmen soll Aber ich glaube Das ist, glaube ich, der letzte Und ich habe jetzt tatsächlich Kopfschmerzen Also ich habe fast jeden Tag Kopfschmerzen Deswegen, das ist an sich nichts Neues Aber ich glaube, die kommen jetzt Weil ich so ein bisschen Entzugserscheinungen wahrscheinlich habe Also mein Körper Aber ich kenne das Ganze schon Für mich easy going Ah, leben wir, meine kleinen Haare hier Ja, ich putze jetzt schnell meine Zähne Und dann versuche ich zu schlafen Weil wir haben schon 0 Uhr Und mein Wecker abklingelt um 6 Und dann gehe ich ins Gym Deswegen bisher Mein neuer Schlafrhythmus klappt noch nicht so gut Deswegen werde ich das jetzt nicht über Bord werfen Ich werde weiter dranbleiben Und ich werde das schon irgendwie hinkriegen Man kann sich auch langsam rantasten Das ist ja eine Ungewöhnung erst mal Kirsten, Lubeck Und wir sehen jetzt auf jeden Fall die ersten Shots Wir haben 7 Uhr 30 gleich 7 Uhr 20 Und ja Erstmal eine Shot Meine erste Saftkugel Ja Ist so ein richtiger Russhalter Okay Lega Das ist richtig Also der brennt richtig Das ist ja aber wahrscheinlich Ingwer pur Ne Ingwer, Apfel und die Mezze, Cayenne Ja, hier ist ja noch nicht mal Ingwer drin Deswegen trinke ich lieber zum Schlafen gehen Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall ins Gym Ich habe mir schon mal ein 2 Liter Wasser gepackt Weil zusätzlich zu der Saftkug Muss man noch 2 Liter Wasser trinken Und die muss man auch immer richtig gut schütteln Ja Leute Tschüss Wie man sieht Platinum Plus Karte beantragen Weil ich habe ja schon seit 1,5 Jahren ungefähr Ja Die Platinum Karte von American Express Bin super happy damit Das ist eine Kreditkarte Ich habe ja auch mal so einen Workshop angeboten Das hatte auch die eine oder andere Person in Anspruch genommen Falls ihr auch Damex haben wollt Könnt ihr mir auch gerne schreiben bei Instagram Oder per E-Mail Ich kann euch ein sehr gutes Angebot geben Weil wenn ihr die Karte über jemand anderen holt Das ist aber immer so glaube ich bei Kreditkarten Oder generell auch bei Banken Wenn ihr sagt, ihr kommt von dem und dem Kriegt immer jemand eine Prämie Dann kriege ich nämlich eine Prämie Ihr kriegt eine geile Prämie Und zwar kriegt ihr dann ein tausendmal besseres Angebot Als wenn ihr die Karte auf eigene Faust holt Ich habe sie auch durch Empfehlung geholt Und hatte dann dementsprechend Ein sehr nettes Startangebot Auf jeden Fall zue ich mir noch die Plus Karte Weil ich will sowohl geschäftliche Als auch private Ausgaben mit der Amex bezahlen Ich will gar nichts mehr mit Girokonto bezahlen Ich will nur noch Amex Ich will nur noch die Vorteile von Amex genießen Ja Monchi setze ich auf meinen Antrag Kein Problem Kein Problem Kein Problem Geh raus Ich muss unterschreiben jetzt Ich habe das jetzt ausgedruckt Schicke das gleich ab Und ich habe keine Ahnung wie man Briefe abschickt Ich bin, wie gesagt Alles was mir Post dazu hat Ich kann gar nichts Ich habe Briefmarken Ich habe einen Briefumschlag Muss ich Adresse hier aufschreiben Ich weiß nicht wo Ich google das jetzt Ich weiß nicht wo Ob mein Absender und Dings schreibt Was für eine geile Postleitzahlat München Bitte 80807 Ja und dann trinke ich wieder den Saft Kerstin hat heute Tag 2 ihrer Saftkur Ich habe heute Tag 3 meiner Saftkur Und dann gehen wir zum Gym Wir sind jetzt in Pickings Wir trainieren heute Rücken und Trizeps Ich trinke meinen zweiten Saft Ah schön Zeig mal Ich habe keinen Saft gerade Ich trinke ihn erst nach dem Training Wenn ich wieder zu Hause bin Wir machen gerade Wäsche Ich habe das gar nicht gemacht Wer denn? Wer schwer ist denn sonst Ich habe ganz normal gemacht Vielleicht durch die Rüttelung 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 Unsere Nachbarn haben hier einfach so Trollen Trockner ist dort so lange Handtücher haben wir jetzt mal rein Das ist das erste Mal Das wäre Handtücher wahrscheinlich trocken Aber ich bin gespannt Hoffentlich sind wir mal super Weintun warm Guck mal diese Motivation Love it Love it Ich bin ja um 34 Uhr nachgeworfen Das erste Mal Ich irgendwie nicht so ganz Meine guten Vorsätze Schwierig Aber ich werde das auf jeden Fall Jetzt alles auch in meinem Style Talk erzählen Oh Leute Oh mein Gott Oh mein Güttnis Guckt euch diesen Bauch an Leck mich am Arsch Leute ich hatte so viel Kraft beim Training Ich habe genauso viel Kraft gehabt wie sonst auch Ich bin jetzt auch nach dem Training noch mega Energie geladen Rocky Peter der Zweite Hallo Rocky lag an meiner Seite Der lag vor meinem Schoß Und da hat sich Mochi in meinen Schoß gesetzt Oh Entschuldigung Das ist ein Arschloch Alter Hast du schon gesagt, dass du heute Geburtstag hast? Ah ja, der ist halt Geburtstag Ich bin, ich fühle mich wie ein Motherfucker Wie fühlst du dich? Schlecht, ne? Scheiße Aber nicht wegen der Saftkur Weiß ich nichts Ich habe Bock was zu essen Tschüss Vika ist hier Und Vika macht auch Saftkur Also wir alle drei machen gerade Saftkur Und du? Das ist immer noch Geburtstag, ne? Ein Geburtstagskind Also ich habe mein Leben beendet Ja, also falls ich euch den Code noch nicht genannt habe Und meine Code YT15 Wie ich gerade erwähnt habe Spart ihr 15% Das ist voll besagt Cool Wenn Kerstin gleich wach wird Dann frage ich sie auch mal wie es bei ihr läuft Weil bei ihr müsste heute auch alles besser werden Weil Tag drei ist chilliger Ich hatte gestern meinen Tag drei Wir haben einen Tag versetzt quasi Und heute ist mein Tag vier Tag vier und fünf geht sowieso super easy Ich gehe heute auch den ganzen Tag in die Stadt Ich gehe ein bisschen shoppen nach Köln Und Motschi, du hast jetzt wirklich gar nichts zu suchen Gar nix Und siehst du, dass es einen Berg hintergut Den Berg? So? Oh, ja Ich gehe jetzt dreimal die Woche zum Tanzen Dreimal die Woche ins Gym und noch einmal die Woche zum Pole Dance Am Dienstag ist schon die erste Stunde Sonntag und Montag sind es ja in drei Tagen ist unsere erste Stunde Also Marielena hat schon ein bisschen Erfahrung Aber ganz kleines bisschen was Ja, aber ich irgendwie nicht so ganz Aber ich bin gespannt So, kleines Update Wir haben uns beim Pole Dance angemeldet Beziehungsweise eigentlich habe ich euch da schon mitgenommen Und jetzt gehe ich zum Tanzen Heute ist nämlich drei Stunden lang Ne, drei Stunden, fünf Stunden lang, fünf, sechs Stunden lang Workshop Und ich treffe jetzt Melinda vor der Tanzschule Ich fahre da jetzt hin Und ich versuche da ein bisschen mitzufilmen Wie ich kann nix versprechen So, wir sind jetzt in der Tanzschule Und haben jetzt Workshops Zuerst machen wir eine Class Wo wir den Tanzschule beide kennen Aber dann machen wir ein bisschen weiter Und danach gibt es noch eine andere Class Und dann wird Melinda aber auch abholt von Mama Und dann habe ich noch eine andere Class Also von 17 bis 23 oder sowas Und du bleibst bis 24 Freust du dich? Ja Ne, ich bin so aufgedreht Ich kann mich nicht beruhigen Okay, Leute Ich bin fertig mit dem Workshop Und ich bin auch fertig mit den Nerven Ich habe so, so, so viele Gefühle Die durch mich gerade durchströmen Einerseits, ich bin krass inspiriert worden von denen Ich bin krass, also ich bewundere die Ich bin irgendwie auch neidisch Ich bin irgendwie voll glücklich Aber irgendwie auch voll deprimiert Weil ich irgendwie gar nichts konnte Aber das ist halt voll normal Also ich habe ja gerade erst angefangen mit dem Tanzen Das ist auch eine krasse Erfahrung Ich kann das nicht so ganz in Worte beschreiben So in Worte packen Ich muss sagen, ich freue mich aber wieder auf die ganz normalen Classes Weil da waren halt nur krasse Tänzer Ich schwöre, die sahen aus, als wären die von Step Up entflohen Und man fühlt sich dann selber halt wie so ein Trottel Weil die Leute kommen irgendwie zu solchen Classes Das hat mir meine Tanzlehrerin auch gesagt Meistens um halt so zu killen und zu performen Und zu zeigen, was sie drauf haben Und das haben die auch gemacht So und das, ja ich kann trotzdem lernen Und man lernt halt nur von dem Besten Aber ich freue mich auf diese kleine Runde Auf dieses in einem Anfänger Tempo Und ja, da habe ich das Gefühl Kann ich irgendwie trotzdem besser lernen Als jetzt bei sowas Und ab morgen darf ich wieder essen Und ich trinke jetzt noch meinen Saft Und auch da Ich habe irgendwie auch hier auf YouTube Ist mir aufgefallen, nicht so viel zu der Saftkur erzählt Deswegen, sobald morgen die Saftkur fertig ist Werde ich nochmal eine kleine Review geben Ich meine, ihr habt es hier auf YouTube auch schon öfter bei mir mitbekommen Aber morgen werde ich nochmal was explizit auch zu dieser Saftkur sagen Guten Morgen Leute Meine Saftkur ist vorbei Ich freue mich extrem Und zerfrühstücke ich jetzt Ähm Was ist das so komisch? Brötchen Gemüse Himbeeren Gäse Also Leute, was soll ich euch sagen Irgendwie ist das Ritual doch nicht gestorben Denn Es gibt Sushi Und währenddessen Gucken wir Also irgendwie Habe ich nicht gebrochen Habe ich heute überhaupt schon gebrochen? Ja, oder? Ich weiß nicht Auf jeden Fall War ich beim Sport Habe Bein und Po trainiert Aber nicht so intensiv Habe ich ein bisschen Kopfschmerzen Am gestern hatte ich extrem Extrem, extrem, extrem Kopfschmerzen Deswegen habe ich jetzt nicht so krass übertrieben Habe ich auch trotzdem Beinschmerzen Werde trotzdem safe Muskelkater bekommen Äh Das ist das, was ich bisher heute getrunken habe Noch nicht so viel Ähm Deswegen werde ich jetzt meinen Ingwertee, den ich heute gemacht habe Noch da reinkippen Mh, lecker Ich war gerade kurz einkaufen Ich habe nur ein paar Kleinigkeiten gekauft Ich werde nämlich dann auch noch eine Zitrone reinpressen Oh, Entschuldigung Das ist das nix für mich Champignons Ich habe richtig Bock auf Tagliatelle mit Champignons, Sahnesauce und Trüffel Habe ich richtig Bock Wie schnell habe ich das hier entdeckt Zum ersten Mal Scheiben zum Schmelzen Das sah für mich interesting aus Wollte ich haben Passend dazu habe ich auch Toast geholt Ist zwar jetzt nicht so gesund Aber ist egal Weil Sowas muss man mit Toast essen Ich esse sowas immer mit Toast Dann manchmal mit sauren Gurken Und Senf Und Mayo Lecker Ah Was soll das? Gieß meine Hand Du hast ein bisschen unbeweist Ich sehe das direkt Oh mein Gott Schön Schöne Augen Die sehen richtig so Leicht türkis aus Irgendwie Ne? Maus Ein Kaffee Wollte ich mir gönnen Und bei dieser Marke habe ich noch nicht ausprobiert Ich probiere jetzt Mache ich auch Taste Test Dann eine Ananas Aber die ist noch nicht reif Dann koche ich gleich was Da kann ich euch auch bei mitnehmen Habe ich bei vegane Wunder gesehen Das ist so ein Chris heißt der glaube ich Oder Chris Christopher Auf jeden Fall Dafür brauchte ich stückige Tomaten Ich mag eigentlich keine stückigen Aber für das Rezept werde ich es Paprika habe ich nix Oh ne das ist ja gar nicht mehr Paprika Habe ich du? Das ist gar nicht mehr Paprika Hässlich Und Ingwer Weil Ingwer kann man nicht genug haben Und vier Kilo Orangen Ich liebe Orangen Ich liebe frisch gepressten O-Saft Und deswegen Mhh Orangen lecker Das war's Viel Spaß mit der Tüte Leute Hier ein Riechter Nicht so lecker Aber ist gesund Ja es ist halt jetzt nicht so lecker Aber was soll ich machen Aaaaah Ne Jetzt bin ich gespannt Wie diese Marke schmeckt Von Happy Wie Happy Und bisher haben mir irgendwie alle geschmeckt Sei es von Alpro Oder von DM Bio Deswegen Mal gucken Ist schwer eigentlich dann das Wenn der jetzt nicht schmeckt Dann haben die schon echt was Sehr falsch gemacht Schmeckt Hello Let's cook together Ich hab schon ein bisschen angefangen Der Reis ist schon am kochen Der muss jetzt noch 25 Minuten Ich koche ja immer Basmati Vollkornreis Einfach weil Ja Ich sag euch ehrlich Normaler Reis schmeckt zwar besser Aber Dieser Reis hält mich einfach satt Weil bei normalem Reis Hab ich nach einer Stunde Literally Einfach wieder Hunger Dann koche ich gerade Buschbohnen Ich hoffe Dass die noch gut sind Weil da waren so ein paar verschimmelt Und die sind schon seit Anderthalb Wochen ungefähr In meinem Kühlschrank gewesen Weil ich hab ja die Saftkohle In der Zwischenzeit gemacht Aber egal Ich hoffe die sind noch gut Wie gesagt Ich werde die jetzt kochen Aber die waren halt einfach Die ganze im Kühlschrank Ähm Und mein Kühlschrank ist ja nicht sehr kalt Dann werde ich Eine Soße machen Aus stückigen Tomaten Kokosmilch Kidneybohnen Und diesen Bohnen Also es wird eine Ballaststoffreiche Explosion Ich hatte die auch eigentlich Gar nicht gemacht Ähm Aber die müssen halt verbraucht werden Deswegen Tue ich die einfach mit rein Weil eigentlich kommen da nur Kidneybohnen rein Und Kerstin ist gerade noch mal Netto Was willst du von mir? Nein Kerstin ist gerade noch beim Netto Und holt Naturjoghurt Dann mach ich nämlich noch Naanbrot Weil das ist ja schon sehr indisch angehaucht Ich werde auch heute Also bei meiner Freundin Gab es Dieses Gewürz hier Auf der Hochzeit Das werde ich heute auch benutzen Kreuz, Kübel, Zimt, Nähnkfaffer, Cardamom Schwarzer, Cardamom Ja Ich ähm Bin gespannt Weil es riecht auf jeden Fall richtig geil Das werde ich heute benutzen Währenddessen guck ich auch Cheese the Man Weil ich hab's vor lange nicht mehr guckt Bestimmt halbes Jahr oder so nicht mehr Nej, halbes Jahr nicht Vier Monate oder so nicht mehr Deswegen hab ich richtig Bock drauf Das muss jetzt auch noch 10 Minuten. Gibt es da auch den Alpro-Joghurt mit orangener Schrift. Und das ist natürlich wie immer. Also das heißt wie immer. Aber selbst auch wenn ich koche, das ist komplett vegan. Hier habe ich auf jeden Fall eine Kokosmilch. Dann Knoblauch. Guck mal, der ist so hässlich. Ich habe es mir holt auch noch den hier, diese Skier-Alternative. Ich habe das Rezept, wie gesagt, von Veganer Wunder. Die Zutaten und das Rezept. So, ich hoffe, das kann man gut erkennen. Gehe nochmal die Zutaten ein bisschen näher. Also ich mache es ein bisschen auf meine Art. Das ist so etwas, was so heftig easy ist. Deswegen ist es auch nicht so interessant, wenn ich mich da jetzt bei Ihnen mitnehme. Also das Curry ist fast komplett fertig. Also das ist nur noch am Köcheln. Reis ist fertig und jetzt mache ich noch schnell das Brot. Ich habe es voll vergessen. Ups. Deswegen mache ich es auch erst jetzt. Ich muss dafür nochmal in meinen alten Blog reingucken. First of all, Mayo. 130 Gramm. 130 Gramm. 1 Tee Löffel Backpulver. Okay, 1 Tee Löffel Backpulver. Oh, das war zu viel. Oh, perfekt. 1 halber Tee Löffel mehr Salz. 1 halber Tee Löffel mehr Salz. 50 Gramm Sojajoghurt. 50 Gramm Sojajoghurt. 50 Milliliter lauwarmes Wasser. 50 Milliliter lauwarmes Wasser. Ja, ich glaube, es war vor allem zu wenig Mehl. Aber solche Sachen sehe ich immer und merke ich immer. Und ja, wird immer klar, wird mir klar, wird mir bewusst, dass ich einfach keine geborene Hausrobin. Weil das macht mir erstens keinen Spaß, zweitens ist also super nervig und drittens stelle ich mich richtig dumm an. Alles klebt unter meinen Nägeln. Hier Leute, für die Hater. Muss ja nur ich essen, ne? Und ich. So, das unterteile ich jetzt in drei ungefähr gleich große Stücke. Ich kann jetzt schon sagen, das sind nicht ungefähr gleich große Stücke, aber ist egal. Weil das muss nicht perfekt werden. Das ist ein Unikat. So sieht es dann aus. Kommt ein bisschen Öl in eine Pfanne und dann wird es von beiden Seiten zweitens drei Minuten gemacht. Brauchst du dich darauf, gleich wieder zu essen? Ja, schon. Das Problem zu essen war schon groß. Und wie war die Saftku insgesamt für dich? Saftku war okay. Würdest du es noch mal machen? Ja? Ja. Oh. Was? Es tut mir leid, ich muss zwei Schiner essen. Die Polizei kommt jetzt vorgegeben, was mir gemacht hat. Ja, ich wurde verhaftet. Ich wurde verhaftet. Es tut mir so leid, aber ich wurde verhaftet. Hallo, ich bin ein Trieger. Au! Warum? Nein, ich habe meinen Kopf gestoßen. Talent. Küche ist katastroph. Ich habe schon ein bisschen angefangen aufzuräumen. Bisschen. Also so katastroph ist gar nicht geht. Wieso filmst du mich dabei? Weil das dein erstes Essen ist, nach der Saftkuhe. Ich habe dir erstmal eine ganz kleine Portion gemacht. Aber du hast deine Säfte getrunken bis dato, ne? Ja. Gut, das ist gut, was zu essen. Ja? Egal, was dir jetzt gegeben hat, du würdest es lecker finden. Ja, schmeckt ihn. Ja? Okay, sehr gut. Ich habe gerade vergessen, ich wollte das Brot noch mit Knoblauch einreiben. Aber du magst es ja wahrscheinlich eh nicht. Deswegen reibe ich mal jetzt schnell mit Knoblauch noch ein. Und du wachst. Oh mein Gott. Und du wolltest noch für Tito filmen. Ah ja. Das wird nicht mehr weggehen. Egal. Sehr lecker. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Wir haben 25. Und wir waren jetzt zum Gym. Vor allen Dingen, eigentlich so nach dem Gym sogar, können wir nicht mal irgendwo reingehen oder so, weil alles zu hat. Ja, so krass. Wir sind auch eine Banane. Hello. So, da jetzt um die Sohnzeit hier nur eine Frau ist, haben wir gesichtet. Kann ich auch mal hier filmen. But. Ich meinte, wir haben nur drei Stunden geschlafen, wir beide. Ich muss mir diese Bände ausleiten. So, und ich bin es eigentlich umsturz. Dass wir jetzt hier sind. Wir haben es nur noch eine Stunde Zeit. Bei Kerstin fängt ja dann mit ihrem Praktikum an. Ich mache dann heute einen Drehtag, weil wenn ich was anderes machen würde heute, also wenn ich jetzt schneiden würde, wie ich schneiden würde, dann würde ich eigentlich schlafen. Nur mit drei Stunden schlafen. Deswegen muss ich mich wachhalten. Heute ist ja auch meine erste Pooldance-Stunde. Aber ich glaube, ich werde diesen Vlog jetzt gleich beenden. Nach dem Training. Hallo. Mittlerweile ist Training vorbei. Oh, jetzt hat die Küche gestern immer noch nie aufgeräumt. Ich werde mir jetzt noch schnell einen Shake machen. Damit ich in der Zwischenzeit einfach was im Magen habe. Und zwar werde ich heute finally endlich mal probieren, meine Vanille-Milch-Lieb. Und das Schokopotein-Pulver zusammen. Weil ich habe halt voll ein Gefühl, ich benutze dieses. Ich habe voll ein Gefühl, dass das so... Das ist ja so eine Kotlette hier. Was soll das? Das ist so ein Knick. Ich habe voll ein Gefühl, dass das dann so wie diese Baulace-Legu schmeckt. Also Lichter ist es nicht. Ja, und danach muss ich, wie gesagt, hier ganz dringlich aufräumen. Aber das werde ich dann alles im nächsten Vlog machen. Du brauchst mich gar nicht so anzugucken mit deiner Foto oben. Ich sehe das. Ich sehe die Foto ganz genau. Küss mein Hand. Sitz. High five. Hm. Du bist so brav. Brav bist du nicht, aber du bist so schlau. Du bist ein schlau, schlau, schlau. Schlau. Okay, ich mache das jetzt schnell mit dem Shake. Probieren noch kurz. Also wenn 45 Minuten Abend dreht, erst mal dazu. Meine Arme sind ja so meine größten... Nein. Meine größte Problemzone. Und ich trainiere halt hauptsächlich auch Trizeps. Das Ding ist, dass es halt immer noch... Dass es so wackelt, aber es ist definitiv besser geworden als vorher. Ich kann euch ja mal... Nein! Eine Sequenz einblenden, die ich gefunden habe. Was für einblenden? Ich habe keine Bock, einzublenden. Ich zeige euch schnell. Schnell, schnell. Das ist krass, wie ich da aussehe. Auch meine Arme. Man kann das erkennen. Das war ein Vlog aus... Keine Ahnung, wann das war... Ich glaube, Anfang des Jahres. Ne. Seht ihr meine Arme da? Da war nichts an Muskulatur oder irgendwie sowas. Und jetzt, wenn ich halt so mache, sieht man ja auch diesen Muskel. Und klar, wie gesagt, es wackelt halt noch. Aber es ist definitiv besser geworden. Können wir bitte manifestieren, dass ich auch... Weil mit Tell of Fresh hat das ja gut geklappt. Können wir bitte manifestieren, dass ich auch mit Shape Republic eine Kooperation habe. Weil ich benutze so viele Produkte, von denen ich liebe die Produkte. Und irgendwie antworten die mir auf Instagram nicht. Also, bitte betet alle für mich mit. Geschäfte gönnen, dass ich eine Kooperation mit denen habe. Okay? Danke. Jetzt bin ich echt gespannt auf den Geschmack. Und Leute, habe ich euch schon erzählt, der vegane Käse ist 10 von 10, den ich gekauft habe gestern. Dieser schmelzende von Beda. Aber puh, Alter, ich habe das gar nicht irgendwie erkannt, dass das kein normaler Käse ist. Weil meine Schwester holt immer diesen Sandwich-Käse, der so schmilzt. Diese einzelnen Tütchen. Und mit meiner Garnmai oder Zwistin hat es einfach geschmeckt wie... Also, hätte man mir jetzt gesagt, so for real, ja, das ist richtiger Käse, dann hätte ich das nicht angezweifelt. So, ich hätte es nicht angefochten. Das ist krass. Vor allem, ich weiß gar nicht, wie ich heute Polenance machen soll mit meinem Arm, den ich heute trainiert habe. Da ist es jetzt drauf. Mh, das riecht schon mal lecker. Ich will jetzt nicht sagen, dass es schmeckt wie Paula, es ist eine Kuh. Aber es schmeckt sehr gut. Ich dachte eigentlich, es wird so nicht so mein Ding sein, diese Schokolade. Aber es schmeckt gut. Ich beende den Vlog jetzt an der Stelle. Ich werde mich jetzt hier reinhasseln und einen neuen Vlog beginnen. Ich hoffe natürlich, dass euch dieser Vlog gefallen hat. Falls ihr meinen letzten Vlog noch nicht gesehen habt, den Silvester-Vlog, dann schaut mal in die Infobox. Beziehungsweise dann erscheint er jetzt wahrscheinlich in der Endcard. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal.